Hallo meine Lieben, heute machen wir ein tolles, interessantes Rezept mit Dill. Dill enthält viel Vitamin C, Provitamin A und Vollsäure, enthält Mineralien wie Calcium, Eisen, Magnesium, Mangan. Dill ist reich an Zink, das die Immunität stärkt. Dill hilft und lindert Nierenproblemen, Blasenentzündung, Blähungen und Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dill hat Antimikrobiele angeschafft und dadurch verhindert er die Infektionen. Wir machen hier ein Dillte, ich habe ein bunt Dill, richtig gewaschen, dann zum Kochen bringen, circa 5 Minuten. Danach abdecken und 10 Minuten ziehen lassen. Absieben und dieser Tee kann man trinken, 10 Tage lang. Dill lindert auch Symptome von Tinnitus und beugt Hörverlust vor. Probiert unbedingt dieses Rezept mal aus, es wird euch helfen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.